Hast du schon gehört? Ali471 klaut den Beat von Patron61. Im Juli 2022 droppte Patron61 den Song 100 Riesen. Ein paar Monate später droppte Ali471 seinen Song Istanbul United. Kann man machen oder ein No-Go? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News check klick boomentertainment.de, den Link findest du in der Bio.